Hallo liebe Leute, hier ist euer Empalon. Also, heute beginnen wir mit einem ganz neuen Projekt. Wir werden mit verschiedenen YouTubern ein 1 gegen 1 League of Legends Battle-Turnier spielen. Wie wird das ganze aussehen? Ich habe dafür eine Tabelle erstellt, um es euch übersichtlich zu machen. Hier sind einmal aufgelistet alle Spieler, die jetzt mitmachen. In einmal Gruppe 1 bin ich, der TheLegendRex, hier ein Kuchen, SeaRace, dann in Gruppe 2 der Smasher, MegaYanex, NÜMaximilian und Darking69. In Gruppe 3, D-Minecraft, dann YouTube angezogen, Saksam und Starlight137. Und in der Gruppe 4 ist bis jetzt Eurorate drin, aber wir müssen mal schauen, ob wir jetzt noch 3 andere Personen finden. Dann haben wir gleichmäßig aufgeteilte Teams. So, also in der ersten Runde werde ich das Spiel beginnen. Und ja, das ganze wird einfach so ablaufen, praktisch wie in einer WM. Drei Gruppen bis jetzt. In jeder Gruppe kämpft jeder einmal gegen jeden. Pro Sieg kriegt man 3 Punkte. Und diese Punkte werden dann hier aufgeschrieben. Und jeweils 2 aus einer Gruppe kommen dann weiter. Und sind dann im... In dem Fall wäre es dann jetzt ein Sechstelfinale. Und wenn dann halt die 4. Gruppe noch voll ist, ein Achtelfinale. So beginnt es dann bis zum Finale, wo dann der Letzte gewinnt. Und der wird dann zum Sieger gekürt. Und das ganze wird so ablaufen, dass jeweils 2 YouTuber gegeneinander kämpfen. Beide können aufnehmen, werden es auch jeweils dann auf seinem Kanal stellen. Und dann gibt es noch einen Kommentator, der dann einfach kommentiert, damit sich dann die 2, die sich duellieren, nicht konzentrieren müssen. Also, dass die reden müssen oder sonst was. So können sie sich dann voll aufs Spiel konzentrieren. Ja. Und ich freue mich schon drauf, dass ihr euch dann alle Folgen anschaut. Wie wir das ganze zu Ende führen und sehen werden, wer gewinnt. Also. Und jetzt im ersten Spiel, ich gegen der Legend Rex. Gleich im Anschluss und viel Spaß noch.